Hey, sicherlich kennst du den Timolia Server und vielleicht kennst du auch die dortige Funktion des Teleporters, dass wenn du Rechtsklick auf einen Item im Teleporter machst, dass du dann auf einen zufälligen Server des entsprechenden Spielmodis joinst. Wenn du Linksklick auf das Item machst, wirst du zu den Schildern teleportiert, wo du dann den Server frei auswählen kannst. Und genau das zeige ich dir in diesem Tutorial, wie du mit einem Plugin herausfinden kannst, ob du Rechtsklick oder Linksklick oder irgendeinen anderen Klick auf ein Item in einem Meta machst. Und wie das Ganze dann funktioniert, siehst du nach dem Intro. Okay, und da ein Timolia Teleporter mit Rechtsklick, der auf verschiedene Server führt, viel zu aufwendig wäre, in diesem Tutorial zu zeigen, zeige ich euch hier nur mal die grobe Funktion und ihr könnt sie dann je nach Belieben bei euch dann einfach anwenden. Für das Ganze habe ich hier schon mal eine neue Klasse wieder angelegt und den Listen implementiert, denn wir brauchen ein Event und zwar das Inventory Click Event. Inventory, Inventory Click Event, okay. Und jetzt kommen wir gleich zu der ganzen Sache, die wir hier jetzt benötigen werden. Jetzt machen wir noch, nee, ich habe mir noch, haben wir es lieber anders. Wir machen jetzt erstmal, dass es nicht bei jedem Item dann sein wird, sonst wäre das für die Zukunft-Tutorials ziemlich blöd, sage ich mal. Machen wir einfach mal, getType.equals material. Sagen wir mal eine Schüssel, Bowl. Okay. Das Ganze funktioniert jetzt nur für die, wenn man im Inventar auf eine Schüssel klickt. Also, e.getCurrentItem nimmt das Item, das wir auf das wir klicken im Inventar, .getType macht das zu einem Material und dann .equals fragt ab, ob das, was in der Klammer hier drin steht, das gleiche ist wie hier. Und wir haben hier Material.Bowl, also wenn wir auf eine Bowl klicken, also auf eine Schüssel, kommen wir hier weiter. Jetzt kommen wir zu dem Ganzen, was wir haben wollen, nämlich den ClickType, den gibt es in diesem Event nämlich, den ClickType, hier so seht ihr es gleich. Nennen wir mal Click, ist gleich e.getClick. So. Und jetzt, das ist der ganze ClickType, also das, wie man auf das Item klickt, ist ein ClickType. Und, ja, jetzt können wir abfragen, ob der ClickType, also ifClick.equalsClickType. Und jetzt können wir hier auswählen, was es für Klicks gibt. Es gibt hier ziemlich viele, was sich recht cool fühlt, weil man damit so viel machen kann. Deswegen zeige ich euch das auch, weil bei Timolia wird ja nur rechts und links klick gemacht, wie ihr hier seht, left ist links klick und right ist rechts klick. Da wird nur das gemacht, aber es gibt auch DoubleClick hier und Drop. Und hier gibt es so viele coole Sachen, da kann man fast ein Minispiel machen, nur mit klicken, also klick hier schnell mit rechts klick, links klick und wenn man es falsch macht, wird es halt abgebrochen und man muss von neuem starten. Also da gibt es richtig coole Sachen. Ich zeige euch jetzt hier aber auch mal erst den rechts klick, einfach nur den links klick, also ifClick.equalsClickTypeRight, also wenn der Klick ein rechts klick ist. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel hier zum Beispiel machen, proxy.teleportplayer oder keine Ahnung, wie das genau geht, zu dem und dem Server. Da wir hier ja nicht mit Bungee Cord arbeiten oder sonst irgendwas oder teleport und da es hier kein Teleporter ist überhaupt, machen wir jetzt einfach mal nur, dass das Item oder die Schüssel einfach nur dann so rechts klick heißt, also wenn man rechts klick auf dieses Item macht, dann heißt es rechts klick und wenn man links klick drauf macht, wird das Item automatisch in links klick umbenannt. So könnt ihr sehen, dass es funktioniert und ja, so rechts klick, so e.getCurrentItem.setItemMeter, Meta und das Ganze noch, kannst du mir noch das Event, dass man das nicht noch unnötig in der Hand hat. So, okay, also nochmal kurz erklärt. Ich habe hier jetzt die Item-Meter festgelegt und dann, und zwar die Item-Meter, Meta ist die Item-Meter von dem Current-Item. Mit der Item-Meter werden die ganzen Sachen bestimmt, wie der Name von dem Item, die Lore von dem Item und so weiter. Dann habe ich der Meta den Display Name rechtsklick gegeben und dem Item, Current-Item, das auf was wir geklickt haben, diese Item-Meter gesetzt, die wir hier erstellt haben. Okay, hoffe es war jetzt verständlich. Jetzt machen wir hier einfach hier Else, probieren das Ganze hier nochmal rein. und machen Left. Wir machen hier raus, Links-Klick. Ja, das war es dann eigentlich schon. Das war ein recht kurzes Tutorial, schätze ich mal. Also, nochmal hier erklärt. Beim Inventory-Klick-Event, also wenn ich im Inventar auf irgendwas klicke, dann, wenn das eine Schüssel ist, auf die man im Inventar klickt, und dann, wenn man mit einem Rechtsklick auf das Inventar, äh, auf das Item klickt, wird das Item zu Rechtsklick umbenannt. Wenn man es mit Links-Klick macht, wird es zu Links-Klick umbenannt. Wir könnten jetzt auch noch machen mit Mittel-Klick, weil hier, wie wir hier sehen, im Klick-Type gibt es hier ja noch ganz viele anderen. dann, Number-K, Right, Shift-Right, Shift-Left, äh, Uncount, Double, Creative, ähm, da gibt es ja sau viele. Und deswegen, ähm, ich habe hier nur mal die zwei als Beispiel genommen. Und ja, ihr könnt damit jetzt ganz viel eigentlich anstellen, und ich hoffe, ihr werdet jetzt auch ganz viel verwenden. Jetzt exportieren wir das Ganze nochmal kurz, um es, ähm, kurz zu zeigen, dass es auch funktioniert. Plugins, äh, nee, halt so rum. Ersetzen, Server starten, Minecraft starten. Okay, falls ihr übrigens wieder mal weitere Vorschläge habt, was ich programmieren könnte, dann einfach in die Kommentare schreiben, äh, ähm, auch nicht zufällig aufwendige Sachen, wie irgendwie ein Minispiel oder so. Als Special könnte ich mir sowas nochmal vorstellen, wurde mir ja in die Kommentare geschrieben, unter dem letzten Video, dass ich Endergames programmieren könnte. So als Special, aber, äh, wäre das dann vielleicht auch wirklich möglich, aber so mittendrin einfach mal, so wäre das dann schon zu aufwendig. Und, ja, dann direkt verbinden. Und, so. So, ich hab mir schon mal hier in der Schüssel rausgesucht. Oh. So. Ähm, ich hab's ja vorhin schon mal getestet. Wenn ich jetzt hier Rechtsklick draufmache, heißt das Item Rechtsklick, Linksklick, Linksklick, äh, Rechtsklick, Linksklick, Linksklick, Rechtsklick. Wenn ich jetzt zum Beispiel das mit der Nummer irgendwie im Inventar verschiebe, passiert da nichts. Also es wird nicht gekancelt, weil wir ja nicht, äh, Klick, Type, Number, K genommen haben, sondern nur, ähm, Rechtsklick, äh, äh, Right and Left. Und, ja. Dann, was ist von diesem Story? Äh, falls ihr noch Fragen habt, einfach in den Kommentaren Fragen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ganz verständlich war. Das war auch recht kurz gehalten jetzt. Und, ja, falls ihr weitere Fragen habt, einfach in den Kommentaren Fragen. Liken, Abo würde mich sehr freuen. Wie gesagt, auch bei weiteren Vorschlägen, einfach in den Kommentaren vorschlagen. Ähm, ich freue mich über jeden Vorschlag. Auch, weil das zu aufwendig ist. Ich kann ihn ja einmal im Hinterkopf behalten. Vielleicht, falls ich mal viel Zeit habe oder so. Dann könnte ich das ja mal machen. Okay, dann bis zum nächsten Video. Ciao.